Okay, Freunde! Nee, lass uns erst mal was anderes machen. Ich würde sagen, ein Stück von 39 Clocks oder so. Was ist mit Markus? Guck mal. Markus, oh Markus, du bist deiner Bekifftenus. Markus, oh Markus, du bist deiner Bekifftenus. Heißt du denn Markus oder so? Den Rest habe ich leider vergessen, tut mir leid. Nee, ich wollte irgendwas anderes Schönes spielen. Ein Stück von Pärchen und die Milchpoobies, damit wir hier das Leben trocknen, dann mal konkret haben. Meine Freunde sagen mir, ich solle mit ihnen gehen. Sie schlagen die Faschisten und ficken das System. Sie schreiben mir alle Sachen an die Wand. Sie hören Musik aus dem Baskenland. Doch ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Die Band stehen in der Ecke und sie spielen wieder Punkrock. Wie ihr euch natürlich schon gedacht habt, die Punkrockband waren wir. Und wir haben uns alle Mühe gegeben, böse auszusehen. Aber ich kann euch sagen, stimmt nicht. Ich zum Beispiel, ich bin ein extrem netter, lieber Kerl. Ich würde mit allen, mit allen von euch nach Hause gehen. Nur damit ihr nicht sauer werdet. Und naja, auf jeden Fall, damals haben wir in der Punkrockgruppe gespielt und man hat uns das nicht ganz abgenommen, ich weiß. Aber wir waren wenigstens gegen den Klassenfeind und für den revolutionären Block. Die anderen hängen auf dem Fenster, sind's und warten weiter auf die Nazis, gibt's. Doch ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Ah, stimmt, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Das klingt super, mach mal noch mal. Wollt ihr ein Solo? Ja, ja. Ich glaube, es wird sich alle gut. Ich glaube, du wirst einen ganzen Haufen Mädchen kennenlern. Ich ging nach Hause und die Nazis geschlugen mich flach. Du kennst das auch. Sie traten mir in die Fresse und einer von ihnen sprach. Ich hab mich nämlich damals sehr gewundert, was der zu mir gesagt hat. Es wohnt keine Tugend mehr in meinem Herz. Es trägt mich ein seltsamer Schmerz. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlern.